Hey, Dad. Wahrscheinlich werden es nicht alle schaffen. Und ich dachte, ich kann mit den Konsequenzen leben, aber je näher die Stunde rückt, keine Ahnung. Was, wenn der Erste schon ertrinkt? Aber was, wenn die anderen Zwölf überleben? Was würdest du an meiner Stelle tun? Ich weiß es nicht. Aber wenn es du oder mein Enkel da drin wären... Harry? Bist du soweit? Ist das der echte Dr. Harris? Bis gleich im Kommandozelt. War das Craig? Wann suchst du dir endlich anständige Freunde? Irgendwann, Dan. Irgendwann. Also, ich ruf dich an, wenn's vorbei ist. Will ich doch hoffen. Was hab ich denn von meiner Insiderquelle, wenn ich trotzdem die ganze Nacht am Fernseher kleben muss, um rauszufinden, was los ist. Hab dich lieb. Ich dich auch.